Moin! Und was heißt Moin? Und was ist ein MOOC? Moin heißt so viel wie Massive Open Online International Network und dieses Netzwerk umfasst mehrere Anbieter, die MOOCs produzieren. Ein MOOC ist ein Massive Open Online Course, also ein Kurs im Internet, der von vielen Leuten gleichzeitig besucht werden kann. Entschuldigung, es ist nämlich so, dass Wissen auch massiv online vermittelt werden kann an ganz viele Leute und man nicht nur Massive Open Spiele machen kann. Ja, welche MOOCs sind denn zur Zeit gerade aktuell? Also ich persönlich besuche gerade die Grundlagen der Videoproduktion, was aber mit Mittelalter nichts zu tun hat. Und dann ist seit 16.03. auch noch der Kurs von der Fachhochschule Lübeck on Campus mit dem schönen Namen Hanse-MOOC. Es geht also um die Hanse und die Hanse hat ihre Wurzeln im Mittelalter. Also wer sich für Mittelalter, Lübeck und die Hanse interessiert oder nur für einen Teilbereich davon, sollte sich diesen MOOC vielleicht zu Gemüte führen. Man lernt da ja sehr viele verschiedene Sachen. Nicht nur einfach trockene Fakten und Daten, sondern vor allem geht es darum, dass man selber agiert. Das ist wie in einem Studium, das einen anleitet zum Selbststudium. Das heißt also irgendwie, wie bekomme ich Informationen? Wie werte ich Informationen aus? Wie lese ich die richtigen Informationen aus den vorhandenen Quellen heraus? Ich meine, es ist nur rudimentär. Sprich, du kannst in so einem MOOC jetzt nicht von jedem verlangen, dass er sich durch Uni-Bibliotheken wälzt, weil der Arbeitsaufwand zum Beispiel beim Hanse-MOOC ist bei circa drei Stunden pro Woche. Ein Student schafft keinen Kurs mit drei Stunden pro Woche. Das ist halt so. Aber man kann natürlich diese Grundlagen nehmen und dann weitergehend für sich selbst arbeiten. Es gibt auch einen anderen Kurs, der ist, glaube ich, bei iVersity online gegangen. Ich schaue jetzt mal kurz nur einfach in meine Unterlagen. Der heißt Orientierung Geschichte. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der her ist. Ich verlinke euch eh alle diese Sachen unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall Orientierung Geschichte. Da geht es darum, um eine grundsätzliche Orientierung über Geschichte, aber auch, wie man sich den Geschichtswissenschaften nähert. Also selber Quellen auswertet und so weiter. Ja, also ich werde da sicher noch reinschauen. Ich empfehle es mal. Hier kam der Schnitt wegen eines vorbeifahrenden Lasters. Und ich lasse mich deswegen nicht aus der Ruhe bringen. Also, wenn ihr mehr solche Informationen oder Tipps haben wollt, dann schreibt mir das einfach unten in den Kommentaren. Abo-Button und zwei Videos seht ihr hier auf der Endcard, wie immer. Ja, mehr das nächste Mal, wenn es weitergeht mit dem Mittelalter-Kanal KWO-TV. Tschüss und bis die Tage. Euer Arnolf.